Das ist ja auch alles richtig. Und das ist ja auch gut. Aber ich weiß nicht, die Romantik... Gott, denn, Heinrich, bist du plötzlich unter der Romantiker gegangen? Mensch, du mit deinen unmistlichen Ohren! Na ja, das vielleicht nicht gerade. Aber früher, wie sie da und sind, mit der Kremser durchgejuckelt... Ja, tun sie heute auch noch, Heinrich. Durch größer, flotter, organisiert. Ja eben, organisiert. Alles organisieren sie jetzt. Tja, so ist das, Heinrich. Man will was und erreicht das auch. Und hinterher sieht das ganz anders aus, als man gedacht hat. Äh, Zahlen! Nee, Heinrich, äh... Wir gehen Kolon besuchen. Kommt! Ah, bewirkt, ja! Revue und Varieté beherrschten das Feld. Wo einst Otto Reuter seine Lieder sang, schwangen die Kolonas mit verbundenen Augen durch den Sternenhimmel des Wintergabens. Girls überall! Au revoir! Von guck. Gruppe. Auf! 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 Musik 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 Musik